Die Fahrer stehen bereit und wir sind bereit für einen ganz heißen Tanz hier heute Abend bei uns auf dem Eichenring in Doha. So, meine Damen und Herren, es ist Samstag, der 13. Oktober 2018 kurz vor 19 Uhr. Moin Moin Doha! Und wir freuen uns auf das Highlight der Saison hier bei uns auf dem Eichenring. Deutschland gegen den Rätselberg! Jawohl, da geht das Schwarzmann nach oben, Peter Kedemann, der setzt sich dann die kleine Position. Oh, meine Herren, was für ein Auftakt hier! Da geht das Schwarzmann nach oben und da geht sie parallel aus der Brust. Peter Stegen müht sich hier außen. Da geht das Schwarzmann nach oben, reich die Erde von aus dem Max Stegen aus der Mitte! Da geht das Schwarzmann nach oben! Da geht das Schwarzmann nach oben! Da geht das Schwarzmann nach oben, reich die Erde von Tranke aus dem Uzehn umblieren Gen Mai! Du hast gesundebocht! Da geht das Schwarzmann nach oben! Musik Komm her! Das war's für heute! Das war's für heute! Das war's für heute! Das war's für heute!